Du bist die Schlampe! Nicht die! Nicht die! Du! Ja! 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 Nicht deiner! Tja! Leute, was geht dir? Was geht? Was läuft? Was läuft? Was läuft? Ja! Willkommen zu der Guder! Leute! Neues Video! Neues Studio Session! Is it there? Leute, schnallt euch an! Hast du ein neues Pele? Ja, M3! Ja, ich habe M3! Ja, ich habe M3! Monut! Coca-Cola! Noo! Whisky! Boah! Sonistation Is there! Sonistation Is there! Cobra Is there! Sukna Is there! Baba J Is there! Und Chancura Is there! Hahaha. So, meine Freunde. Heute wird aufgenommen. Wasabi Gang! Wasabi Gang! Oh, meine Freunde. Nein, nein. Chila, 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 Chila. Hahaha. Ich bin auch die Musik von mir. Ich bin auch die Musik von der Tatier. Ich bin auch die Musik von der Tatier. voll in die Fresse dieser Beat wird glaube ich knallen jetzt kommt da die Profi jetzt ist es Studio voll jetzt ist es Studio voll das ist das richtige genau das brauchen wir wooh ja Westside da ist gut da ist gut das ist gut zuhldo um Ähm... Der Hook hab ich eh eigentlich so kommen. Wohin ist das? Es sind jetzt viele um, aber es ist geil, oder? Mach mal! Das ist richtig. Dein! 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 Is de... Ab aufnehmen. Text schreiben und ab in den Buff. Dieser Mann hat schwere Probleme mit dem Alkoholkonsum. Schreibt gerade. Overacting on! So, Cangura, hast du deinen Text fertig? Was? Er hat schon fertig geschrieben. Falllotterte. Gib ihn! Auf Max! Zwanzig Tage später. Nach Ramadan später. Er hat ein bisschen Takt gefühlt. Er hat ein bisschen Takt gefühlt. Was passiert denn hier? Was ist das? Was ist das? Was passiert denn hier? Was ist das? Was ist das? Mein Bär, mein Architekt. Mein Bär. Meine Liebe. Weil du bist der Schönste. Und die Schlimmste. Auf die ganze Welt. Auf die ganze Welt. Arschloch. Auf die ganze Welt. Warum stöhnen Veganer beim S*** nicht? Weil sie nicht zugeben wollen, dass Fleisch ihnen gut tut. Hahahaha. 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 Das geht an die militante Veganer. Hahahaha. Jetzt wird gestreamt, Leute. Hahahaha. 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 Auf Twitch-Sony-Station-Brother. Ja, Mann. Und jeder, der diesen Blog anschaut und nicht abonniert ist ein... Hahahaha. Alles klar, bis live ist ja auch viel. Life is life. Na 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 na. Eine K-Bap mit SWIBERL. Wir sind mal live bei dir. Du bist ein Fanboy. Ein Fanboy bist du. Rein mit dir. Ja. So, Leute. Spaß vorbei. Jetzt wird aufgenommen. Ja. Macht dich. Hört genau zu. An jeden Rapper da draußen. Hört und lernt dazu. Ok? Alter. Hahahaha. 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 Hä-hähähä. Hey, Leute. Glanzi ist da. Wer ist da? Beziehungs-werte. Beziehungs-werte. Beziehungswerte. Beziehungswerte-werte. Beziehungswerte. Glanzi. Da freuen wir uns so schlecht aus, gell? Was? Wir glotzen? Auch? Ja, wenn machen wir so anderes? Wir schwappen! Ich will dich nicht zeigen! Boah, der hat die fucking Lichter! Glanzi hat für mich ein Geschenk, ne? Hallo Glanzi! Der filmt schon wieder! Schieß aus, geht da, da! Wer hat da so einen Laser? Der hat da so einen Laser? Das geht dann so in die Wand? Da, 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 da! Und siehe da! Das Jangura-Logo ist da! Ihr Motherfucker! Wie ist das? Was ist da? Das ist, wenn der Vater dir das auch Daniel verschaust! Ja, mach ich gleich! Das ist so! Glanzi! 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 Hau! 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 Rytatou!